Musik Wir sind in einem mittelgroßen Büro, sind da zu viert. Die Raumaufteilung ist relativ gut, man kann miteinander kommunizieren ohne weiteres, stört sich aber im Arbeitsablauf nicht dabei. Grundsätzlich ist es so, dass ich zweimal in der Woche ins Büro komme, das ist meistens zwei Vormittage, die sind dann natürlich mit der anderen Praktikantin abgestimmt, die kommen dann die anderen Tage. Ich habe ein sehr flexibles Arbeitszeitmodell, in meinem Dienstvertrag habe ich Gleitzeitregelung, das heißt ich kann mir meine Zeit selber einteilen und meine Themen auch selber priorisieren. Wenn man mal eine Prüfung hat, ist das kein Problem, also meistens kommen eben mehr Stunden zusammen und dann kann man natürlich da Stunden mit Zeitausgleich abbauen oder einmal tauschen und am Nachmittag reinkommen oder wir Praktikantinnen, wir tauschen unter der Woche einmal. Es gibt diverse Mitarbeiter-Events und Firmenausflüge, es gibt auch verschiedene Sportveranstaltungen, die Mitarbeiter haben die Möglichkeit jährlich beim Businesslauf mitzumachen. Die Hierarchien bei uns in der Firma sind sehr flach, bei der Liebest haben wir eine offene Türenkultur, man kann wie gesagt mit allen Führungskräften jederzeit offen sprechen.